Ja, ihr seht, wie hoch das ist. Und da oben, da werde ich jetzt gleich runter springen. Ich habe Artenalinen auch immer nicht tief. Das mache ich für euch alles recht vorhanden. Damit ihr seht, wie hoch das ist, dass ihr auch gleich die Skyline sehen. Und gleich geht's los, wenn ich rufe. Fancy Peace! Einen schönen Fancy Peace. Das war's schon. Alles easy. So rum. Hier bin ich. Halt mich fest. Seine Hände gleich auf meine Schultern legen. Leg die Hände auf die Schultern. Schaut nach oben. Da oben war ich gerade. Wer es machen will, einen Videospieler hat klar, ich weiß, was es gibt. Und dann geht's halt. Hammer, oder? Das war absolut geil. Falsch unspringen ist wohl noch ein bisschen geiler. Aber wer das mal erleben will, dass er live auf den Alexanderplatz kommt. Hier hinter mir ist auch gerade die U-Bahn-Station vom Alexanderplatz. Also wirklich ganz zentral und wer mal schön jumpen will, der braucht einfach nur hier oben auf das Park-In-Hotel zu gehen. Ich gehe jetzt mal in Berlin ein bisschen unsicher machen und vielleicht steht auch noch in einen schönen Clip rein und dann werde ich morgen früh weiterfahren. Bis dann, let's rocken, Babys. Bye, bye.